Fortuna hat sich zurückgemeldet im Aufstiegsrennen. Sie waren zwar nie wirklich draußen, punktemäßig, völlig klar, immer Spitzenreiter gewesen. Aber dennoch, jeder hat gesehen, dass die letzten drei Spiele schon einen gewissen Trend nach unten gezeigt hatten. Und heute, das war wieder die Fortuna, die an die Spitze gekommen ist, die absolut gewillt war, diese Spitze zu verteidigen mit großem Kampf, mit großer Leidenschaft. Und das war ganz einfach der Schlüssel. Den Fußballspielen konnten sie immer, das haben sie selbst in den verlorenen Spielen angedeutet. Aber dieser letzte Funken Leidenschaft, der war vielleicht die letzten Spiele nicht da, der war heute durchgängig im Spiel. Und das war der entscheidende Faktor, dass die Standards gut funktioniert haben. Klar, sicher, sehr wichtig. Standards sind wichtig im Fußball. Aber entscheidend war heute der Wille.